So, Schatz, jetzt aber schnell ins Bett. Wir sind viel zu spät dran. Und, husch, ah! Sag mal, Daniel, wie sieht's denn hier eigentlich schon wieder aus? Ich hab doch gestern erst aufgeräumt. Das war's nicht. Mhm, das würde ich jetzt an deiner Stelle auch sagen. Nein, wirklich. Na, wer war's denn dann, hm? Weiß nicht. Vielleicht ja du. Sag mal, du bist heute Abend ganz schön frech. So, jetzt ist mal Schlafenszeit hier, du kleiner Rabauke, hm? Du bist der Rabauke. Na, warts ab. Mach! Nicht so laut. Was sollen denn die Nachbarn denken, hm? Ach, Schatz, bist du auch gut eingekuschelt? Ja? Weißt du, dass ich dich lieb hab? Schlaf gut, ja? Gute Nacht. Hey? Mhm. Die Monster. Ich hab die Monster vergessen. Hier sind keine Monster, Schatz. Eins, zwei, siehst du, auch hier keine Monster. Okay? Jetzt wird geschlafen. Krieg ich noch einen Kuss? Ach, schlaf gut, mein Schatz. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ich hab dich lieb. Gute Nacht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, geh nicht weg! Aber ich bin doch hier, Mäuschen, ist doch alles gut Siehst du? Keiner im Schrank Ich hab auch mal was gesehen Schatz Schau mal, dein Fenster steht offen Das ist doch kein Wunder, dass deine Schranktür sich verselbstständigt hat Das war der Wind Weißt du, der Wind, der kann manchmal so viel Kraft entwickeln, dass er sogar schon ganze Häuser weggebrußelt hat Kein Witz, ich verspreche's dir Okay? Und jetzt mach ich mal das Fenster zu Dann wird sich auch nichts mehr von alleine bewegen, ja? Und wenn es doch nicht der Wind war? Ach Schatz, ich bin mir ganz, 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 ganz sicher, dass es der Wind war, hm? Mami? Mami? Ja? Willst du immer bei mir sein? Aber natürlich Wie kommst du denn darauf? Aber du musst doch irgendeinen Grund haben, hm? Weiß nicht Jetzt hör mir mal zu Ich werde immer, egal was passiert Ich werde immer für dich da sein, okay? Jetzt machst du die Augen zu und schläfst Und morgen ist ein neuer Tag Schlaf gut Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zum Spielen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Daniel? 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 Hey! Daniel! Daniel? Wie schläfst du? Daniel? Daniel? Daniel hat gesagt... Hey! Oh Mann! Ich hab mir Sorgen gemacht. Geht's dir gut? Moritz, lass mir denn nicht gut gehen. Ich weiß es nicht. Rutschen ein Stück. Hast du schlecht geträumt? Ja. Was hast du denn geträumt? Schlaf jetzt, okay? Gute Nacht, Mami. Gute Nacht, mein Schatz. Ich werde nie wieder zulassen, dass dir jemand weh tut. Nachmittal mit dem Haus. Schlaf jetzt. Schlaf jetzt. Schlaf jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020